So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play LAN Party. Hier ist euer Captain Crunch. Ich spiele mit Chia Fritza und Redog. Wir zocken jetzt eine von mir erstellte Map bei Far Cry 2. Und los geht's. Ja, mach Hardcore Modus an, oder was? Oder ist das? Schön, dass du hier Autos auf die Map stellst. Das ist... Wackeln wir die Scheiße mal ab hier. Boah, warum leckt das bei mir so hart? Es geht aber nicht. Ach, hey. Das Feuer kommt. Fire is coming. Winter is coming. Und, was sagt ihr so zu der Map? Weil sie nichts vor Küche läuft. Ja, bei mir leckt das alles gerade ein bisschen hart. Stirb! Ja, ich meine, hier ist ja jetzt gerade auch so ein Feuerchen ausgebrochen. Ja. Hä, warum stirbst du nicht? Was soll das? Oh, warum leckt das jetzt so sozial? Als kann ich doch kein... Alter! Ja, toll. Ja, das ganze Map explizieren. Ja, die ganze Map fackelt jetzt ab und dann... Was zur Hölle? Was war das mit dem Spawn? Was war das mit dem Spawn? Ja, ja, okay Spawn. In your face. Was ist denn da noch ein Granatwerfer? Ja, was ist denn da noch ein Granatwerfer? Also ich muss sagen, diese Map, die gefällt mir schon ein bisschen. Wenn man mal eine A, wenn es mal aufhören würde zu ländern, dann wird es mir aufhören. Ja. Also jetzt gerade geht es doch. Ach ey, dieser fehlende Kopf. Jetzt hat er den scheiß Granatwerfer für sich. Alter. Oh nein, es geht wieder los, ich höre es doch schon. Oh, jetzt fängt es auch wieder harder zu ländern bei mir, was hätte das gedacht. Ich finde die Map trotzdem fand es gut. If it would stop lagging, I would be so thankful. Aber der Schiafritzer, der wandte hier heute nicht ab. Was? Alter. Haha. Nein. Was ist mit der... Ach du warst mit der Irren. Oh. Ja, ich... Keine Ahnung, das lag bei mir nur rum. Na, ich war um die Ecke und auf einmal kippscht wird um, das war lustig. Ich werde hier mal was schießen. Hä? Das ist so scheiße am Leggen. Ok. Das ist ja schon mit der Leckheck. Ja, also das Lippe-Rind ist gut geworden. Ach, ey. Oh, jetzt sterb ich. Mann, ey. Ja, das ist aber so schlimm, dass man sich hier so heilen muss. Und dass das so ewig dauert. Ich mach' noch im Kopf. Oh, das Steeple-Schweiß-Auto. Da wird man dann mit dem Sack sein. Ich sollte grad so abschätzen, wo die Richtung ist und dann eine Granate entwerfen. Ahh, ey, da kommt er, wo. Und dann auf dem Sack. Ja, ich leck mich hier durch die Welt. Ja, ich merke es schon. Weil es mir so gut gefällt. Da wird doch einer mit Brandsachen umsehen. Renn mal, du findest mal. Lek, leck, 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 leck. Wo seid ihr denn gerade? Oh, da. Also man muss ja sagen, obwohl hier eigentlich immer so große Maps sind, findet man sich hier sehr gut. Auch wenn das Spiel natürlich extrem unübersichtlich ist gerade mal. Ich wollte gerade in die Eier schießen. Ja, ich kriege überhaupt nichts gebacken, wenn ich eine Diashow habe. Oh, ich habe einen Diamanten. Wie war das denn mit den Granatwerfen? Wo mache ich das? Ach, ich habe es schon. Immer an der selben Stelle, lächerlich. Der Schiafritzer müsste ja auch schon Diamanten haben. Der Schiafritzer müsste ja auch schon sein. Ihr seid zu leise, Leute. Ja, weil ich mich hart konzentrieren muss. Alter. Ja. Irgendwas zu schaffen mit meinen Blacks. Ich habe mich auch gerade, ob man überhaupt die anderen Spieler hört. Wenn die irgendwo lang laufen. Oh, ey. Nein. Das macht Sinn beim Nachrat um die Ecke zu laufen. Ja, ich bin gelaufen und dann hat er erst mal gesagt. Diamanten Paprika. Hopp, 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 hopp. Och, ey. Ich spiele definitiv zu sehen, nicht bei der Spiele. Das ist etwas strange. Ja, weil die sind eben nicht so nett. Das ist ein schön kleines. Oh, Gott, ey. Scheiß, Max. Ja, von anderen. Kein Plan. Was immer noch entzündet. Diese dreckigen Blacks. Ich wundere mich, dass sie auch ihren Basketball bekommen. Oh, Gott. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hier ist schon wieder Feuerwerk. Oh, die stehen mitten drin. Oh, die stehen mitten drin.